Vielen Dank für Ihr Interesse. Mit diesem und anderen Videos möchten wir Ihnen helfen, Ihren Revitive einzurichten und zu nutzen. In diesem Video geben wir Ihnen Tipps für eine optimale Therapie und die bestmögliche Nutzung Ihres Revitive-Durchblutungsstimulators. Tipp 1. Flüssigkeitszufuhr. Ein gut hydrierter Körper optimiert die Stimulation durch das Gerät. Wenn Sie gut hydriert sind, kann die Stimulation des Fußpads besser durch Ihre Haut und in Ihre Beinmuskulatur eindringen und die Muskelkontraktion wird verstärkt. Trinken Sie 30 Minuten vor Ihrer Revitive-Therapie ein Glas Wasser und tragen Sie eine Creme auf Ihre Füße auf. Tipp 2. Intensität erhöhen. Richtig hoch. Die Intensitätsstufen von Revitive reichen von 1 bis 99. Ziel ist es, die stärkste noch erträgliche Muskelkontraktion zu erreichen, da diese den sauerstoffreichen Blutfluss in Ihre Beine und Füße fördert. Versuchen Sie, die Intensität jeden Tag um 5 Stufen zu steigern. Tipp 3. Täglich anwenden. Nutzen Sie Revitive jeden Tag mindestens 30 bis 60 Minuten. Versuchen Sie, Revitive jeden Tag, vormittags und abends für jeweils 30 Minuten anzuwenden. Tipp 4. Sie können in 6 bis 8 Wochen mit Ergebnissen rechnen, bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen in ca. 12 Wochen. Klinische Studien beweisen, wenn Sie Revitive 6 bis 8 Wochen lang mindestens einmal täglich anwenden, fühlen Sie sich besser. Das sind unsere 4 Extra-Tipps, mit denen Sie Ihren Revitive optimal nutzen. Besuchen Sie unsere Webseite für noch mehr praktische Tipps.